Welcome everybody to the party. Leute, ich hab direkt mal ne Call to Action für euch. Hallo, Wollo. Hi. Schreibt mal auf Twitter unter dem Hashtag WolloKornelCard8 Also Hashtag WolloKornelCard8 Themenvorschläge. Danke. Wenn da keine kommt... Das wird halt niemand tun. Leute, zeigt Wollo mal, dass er ein ekliger... Ich glaube tatsächlich auch, dass es keinen einzigen Tweet gab. Ja, ich weiß. Mit der besten... ...Eisblumen-Story. Das weiß ich nicht genau. Ich glaube, doch, ich glaube, Onlin hat irgendwas getweetet. Ich weiß aber auch nicht mehr. Geh mal in der Recherche. Ich glaube, Onlin hat was zu Eisblumen getweetet. Wie war der Hashtag? Keine Ahnung, aber Onlin hat irgendwas zu Eisblumen getweetet. Ich hab's noch nicht gesehen, richtig. Ich hab's nicht... Erb so im Augenwinkel gesehen und dann hab ich vergessen, dass du mir nochmal anzugucken, glaube ich. Weil ich bin nicht mehr so oft auf Twitter tatsächlich. Aber ja, da würde ich natürlich auf Twitter gehen, Leute. Also macht mal unter dem Hashtag, macht mal geile Themenvorschläge. Ihr dürft alles machen. Themenvorschläge, unangenehme Fragen, sexy Fragen. Können Sie nicht einfach Themenvorschläge und das Video machen? Nein, das vermischt sich dann ja mit allem anderen. Könnt ihr auch. Aber macht's bitte auf Twitter. Danke, danke, Leute. Guck mal, wie viel da gerade reinkommt, Leute. Leute, danke. Richtig aktive Community, Mann. Lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Mario Kart 8 wollt. Und gebt auch einen Daumen hoch, wenn ihr Mario Kart 8 mit Markus wollt. Wir sind ja sein Management. Vielleicht können wir da was drehen. Dann müssen wir mal gucken. Ja, Markus, geh mal in die Discords, Alter. Was ist denn da los? Dann kann man wirklich mal Mario Kart 8 aufnehmen. Ein paar mit der zwei Markus, der Internet ist explodiert. Na, ist so. Aber dann greift es die Sache. Danach noch ein paar mit Alex Plattermann hinterher. Nee? Nein, Alex Plattermann ist nicht. Das ist, äh, ne? Kein Internet zu der, das ist internationales Top-Niveau. Da muss ich sagen, das geht leider nicht. Dann hab ich noch ein paar internationale Namen für dich. Ja, Dom Tendo, ne? Dom Tendo, wenn du guckst, ne? Wir können auch gerne einen Part machen. Dom Tendo, wenn du ein Ehrenmann bist, ne? Dann machst du mal einen Part mit uns. Wenn du Eier hast, wenn du Eier hast, dann machst du Mario Kart 8 Part mit uns. Auf deinem Kanal. Das ist verrückt. Die Welt ist verrückt. Warum? Ist zwölf Uhr morgens und unter der Woche und Leute streamen. Ich bin mich gerade, bin ich durch irgendein Dimensionstor gegangen, Pornel? Weiß es wieder nicht. Generell müssen wir eh auch mal gucken. Leute, es ist ja auch crazy, ne? Es ist jetzt Sonntag, wenn ihr das seht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und das Ding ist, wir nehmen das gerade am Dienstag auf. Das ist wild. Und wir werden diesen Dienstag alles kompletieren, dass wir jeden Tag Galaxy haben, dass wir am Wochenende zwei Parts haben. Ne? Und vielleicht schon dadurch die Woche noch ein Singleplayer-Video. Das heißt, der würde auch noch dazukommen. Boah. Und der Hauptkanal wird auch beliefert. Das heißt, wir sind am Dienstag dann schon fast durch mit der ganzen Woche, was halt über crazy ist. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir am Sonntag auch frei gemacht haben, was ein bisschen dumm war. Weil wir dann, aber es zeigt auch wieder, wie viele Möglichkeiten wir haben und wie viel mehr wir hustlen müssen, Wollo. Ne? Für die Leute auch. Ja, aber es wundert mich auch, dass wir das momentan, also dass wir das, ich war schon sehr stolz auf uns, dass wir das gestern so gut hinbekommen haben. Ja, ne? Und ich bin auch ein bisschen stolz auf uns, dass wir das heute so gut scheinbar hinkriegen. Ja, und ich muss sagen, dass die Partei auch gut finde. Und ich wundere mich, warum es die ganze, ja, ich wundere mich da ein bisschen, warum wir die ganze Zeit so, 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 so schwach waren. Ja, weil die auch nicht. Weil teilweise war es wirklich nur ein Video aufgenommen und dann so, ja. Ja, reicht aber für heute, oder? Ja, war super dumm wieder. Ne, und wir müssen jetzt die nächsten, das Ding ist ja auch, ab November sind wir auf uns allein gestellt, Wollo. Auf uns allein gestellt? Aber da kriegen wir 100 Prozent, da müssen wir richtig ballern dann ab November. Ach so. Ne? Da sind wir dann nicht. Sind wir dann groß, Alter. Und deswegen, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ich weiß es nicht. Ähm. Welche Überschrift hat dieser Part bis jetzt? Mardegurts. Ach genau, am Sonntag haben wir ja nichts gemacht und da habe ich auch voll früh gestreamt. Das war so geil. Das ist geil, ne? Ja. Und das ist halt so crazy, weil ich bin einfach am Sonntag, bin ich halt um 12 Uhr, ne, um 11.30 Uhr online gekommen. Und da habe ich ja Galaxy dann noch 100 Prozent komplettiert. Da habe ich dann die letzten 30 Sterne habe ich irgendwie sieben Stunden für gebraucht. Ja, du hast richtig lange gebraucht, das habe ich gesehen. Hä? Ja, was heißt richtig lange? Das waren ja auch die ganzen Liedermünzen, ne? Ja, für ein paar brauchen wir halt auch ein bisschen länger. Du dachtest höchstwahrscheinlich, das geht schneller, ne? Ich dachte natürlich, dass es schneller geht. Äh, aber es war ja auch blind, ne? Ich habe Liedermünzen blind gemacht und da gibt es wirklich, also so zwei, drei sind wirklich auch schwierig gewesen. Also das heißt schwierig, aber so unangenehm. Wenn du da stirbst, so, wieder alles sammeln. Und ich bin natürlich gestorben. Das in der Eiswelt, ne? Ist jetzt vielleicht ein bisschen random, aber Leute, da in der Eiswelt, ne? Du sammelst 98 Münzen und dann musst du da einfach blind so einen Sprung runter machen. Ich bin natürlich verkackt, Alter. Ja, okay, spannend. Ja, auf jeden Fall. Bolo. Ja. Das ist crazy. Das möchte ich wiederhaben. Ja, ich möchte das halt auch wiederhaben. Weil es ist auch so eine Sache, die ich vermisse. Und das ist so ein bisschen das, was am meisten am Bolo und Kornelkanal nervt. Sag ich mal, dass man ganz oft da, gerade samstags und sonntags ist es halt besonders scheiße. Ja. Dass man da morgens halt einfach, du kannst nichts machen, weil du halt weißt, du musst, um 10 Uhr muss noch mal eine Aufnahme. Ja. Das nervt. Das heißt, da müssen wir weg von. Ganz dringend. Ab heute, wollte ich gerade sagen, ab heute ist Samstag, Sonntag Wollung Kornel frei. Das darf nicht mehr mit in der Aufnahmeplanung existieren. Genau, darf einfach nicht. Darf nicht, nein. Das muss vorher fertig sein. Und wir können es ja. Wir können es ja. Richtig, wir können es ja. Wir können es ja innerhalb von... Das war früher sowieso mal der Plan, das innerhalb von zwei Tagen immer durchzuziehen. Richtig, richtig. An der Stelle muss man auch sagen, dass wir... Aber man muss auch sagen, Bolo, bevor ich uns jetzt blame... Ach, blamesst du mich jetzt? Ja, uns. Okay. Weil die Analytics-Videos zum Beispiel, die fehlen auch noch. Oh, ja. Ja, die kommen natürlich. Das wäre jetzt heute auch nichts mehr. Nee. Das wäre tatsächlich erst nächste Woche was. Aber die kommen natürlich. Auch rückwirkend noch. Aber man muss da auch wieder sagen, es ist halt schon wieder der 20. Oktober. Also der Oktober ist so krass weggeflogen. Verrückt, oder? Alter, ich mach's dir kein Bild. Der September halt auch. Keine Ahnung, das Analytics-Video für September müssen wir noch machen. Und der September, der war halt das Rendo-Race. Und danach war dann halt so noch... Der war so schnell vorbei irgendwie. Und dann kam er der Oktober. Und dann halt das Treffen und so. Das war der 20. Oktober. Und... Keine Ahnung. Wann hätten wir es machen sollen, Alter? Fragst mich auch ein bisschen. Wenn an einem der Tage, wo wir nur ein Video gemacht haben und gesagt haben... Sehr gut, ne? Entweder da eine Option gewesen. Wäre vielleicht eine Option gewesen, ja. Ne? Aber... Äh... Ja, die Zeit fliegt auch momentan. Das ist halt wirklich Wahnsinn. Das ist verrückt. So, boah, guck mal. Eine Blue Shell! Tag! Wollte ich mal erwähnen. Auf jeden Fall, Leute. Vergesst bitte nicht. Wir brauchen eure Tweets. Ne? Wir brauchen sie. Bitte, geht jetzt auf Twitter. Folgt uns übrigens, wenn ihr es noch nicht getan habt. Äh, ich heiße... Ich habe mir, glaube ich, nicht verlinkt, oder? Ich heiße Korn-Tom und Wollo heißt, äh... Y-T-Wollo-U wahrscheinlich, oder so? Ja. Wollo-U war leider immer schon verbraucht, wenn das irgendein afrikanischer Name oder so ist. Okay. Ja, Kornel ist halt auch ein Name. Das ist ein Problem. Ja. Ähm, deswegen. Ähm... Wir brauchen eure Tweets. Folgt uns gerne. Und schreibt uns nochmal unter dem Hashtag Wollo-Kornel-Card-8 eure Themenvorschläge. Und das müssen, wie gesagt, nicht nur jetzt so... Redet mal über die Erderwärmung, sondern ihr könnt auch gerne unangenehme Fragen machen oder Sexy-Time-Fragen. Wir haben vergessen, dass, äh... Du hast noch nie... Oder ich habe noch nie ein Video zu machen, Kornel. Ja, ich weiß, aber... Haben wir damals vergessen. Ja. Egal. Egal. Nee, ich wollte es ein. Der darfst du nicht mehr. Den darfst du nicht mehr. Darf ich nicht mehr, ne? Leute. Gerade. Ich hoffe, der Ball hat euch gefallen, ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein tolles Wochenende. Am Montag, also morgen, ist die neue Wollo-Kornel-Aufnahme. Da brauchen wir eure Tweets. Bis dann, Leute. Tschüss. Bis dann. Ciao.